Habt ihr geendet? Ich könnte manches noch entgegensetzen. Wozu? Es bleibt der Spruch in Kraft. Doch unterwerfe ich mich. Ja, nun gut, was mehr. Und geh von hinnen, wie man es begehrt. Mich freut, dass ich euch klug und willig finde. Es ist ja nicht der Jugend wilder Kitzel, der gährend feurige Drang nach Neuerung, was mich euch meiden heißt. Es ist mein Land, das in mir Ehen schließt und Ehen scheidet. So hoch ein Mensch mag seine Größe setzen, so hoch hat Otto K. gesetzt sein. Wir stehen am Eingang einer neuen Zeit. Der Bauer folgt im Frieden seinem Flug. Es rührt sich wieder in der Stadt, der fleißt. Gebürger, Gewerb und Innung hebt das Haupt empor. Ich weiß wohl, dass der Weg zu Freiheit und Wohlstand nicht immer gerade oder unbeschwerlich ist. Aber wir stehen euch beim Aufbau einer freien Republik im Herzen Europas zur Seite.